Das ist gekoppelt. Das war nur den Stichwort, dass eben auch nur beim Trumps-Resort, dass wir den Minister für Druck gesagt haben, dass die Ninkpol nicht schlagen, dass die an Platz gesetzt gehen, anderen aber auch. Und ich meine, es muss nur so passen, dass man nicht viel verdämmt, dass die Paragenträten, die anderen Städten, dann an Platz gesetzt gehen. Aber ich meine, es sind effektiv, als Premierster von der Gemeinde Hasbach, es ist immer so, eure Leidträgen werden dann effektiv in der Flüge, all der von Autos, die an den Städten kommen. Weil die Autos wurden voll, sie geht jetzt ja dann noch überschleisch. 100% ist richtig. Und ich meine, es ist ein Auto und dann auch Strasse, dass man in den nächsten Jahren sicherlich auch noch Strasse bauen muss. Man nimmt lange den öffentlichen Transport. Leider geht es nicht hin, so viel dadurch neue Strasse muss sie gebaut gehen. Und da komme ich dann noch auf Beispiele von der Gemeinde Hasbach zurück, wo auch nicht nur dem, dass Bandegasbrüche oder das Kloster, wenn die Leute sagen, dass man nicht nach einer Zusatzstraße ranräumen kann, dann ist irgendwann der Kollaps auch bei uns in der Gemeinde. Und ihr, die da gesagt haben, wenn es viele Strasse sind, muss man darauf verstehen, dass wir dann ein Umgehungsstrasse. Ja, ich sehe nicht, es gibt auch Strasse. Es gibt Strasse, die mehr sind, aber in Englern sind mich, dass die Konturen von Hasbach Alzing, weil da eine Agglomeration besteht, aber wir gehen an Alzing, eine Chance gehen und Hasbach viel leben. Und wenn man das kann, dann muss man das machen.